Ja, viel hilft es leider nicht. Okay, jetzt hat es sich verbessert. Hier ist eine Hexe. Im Boden drin. Ich weiß jetzt nicht, was momentan los ist. Tut mir leid, wenn es manchmal ein paar Aufblitze von anderen Texturen gibt und so. Das sind Köpfe, das sind einfach Köpfe. Oh mein Gott, was ist denn das? Hilfe. Eine Cone Witch. Von welchem Mod ist denn die? Also ein Mod ist da wirklich verpackt. Mist. Aber bitte nicht die Sicht. Wegnehmen. Kann man die nicht schlagen? Nö. Ja, will ich die Sicht wegnehmen? Hallo. Geh jetzt weg. Oh Gott, oh Gott. Da fühlt man sich schon ein bisschen verarscht. Kann man die nicht töten. Wenn sie weg sind, können sie mich auch nicht wieder anspringen. Ah, blöde Vergiftung. Hey Panda, heil mich mal bitte. Oh Gott. Das ist nicht gerade gut. Wieso komme ich hier nicht nach oben? Oh, muss man sich alles selber machen. Geh jetzt weg bitte, du nervst. Troll-Mode. 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 Also. Machen wir hier das Haus hin. Also. Äh, die Tür für das Haus meine ich. und dann ist direkt hier drüben ja 2 so hier hat man doch gesehen da ist ein Dungeon unten drunter kann ich jetzt nicht einfach das Wasser von dieser Ruine nehmen ich will nicht mehr runter gehen so jetzt haben die Grafiklecks auch Lolli unten ist eine Kiste also einen Werfer cool hätte ich jetzt nicht gedacht wir haben ein Geheimnis gefunden wir sind die Besten wir sind die Besten hallo geh jetzt weg ha ha schaut mal wie das verbuggt ist ah ja genau ha ich will den Tuk-Turk ähm der Truthan ich hab den Truthan-Oskop ich hab den Truthan-Oskop ok der andere ist weg jetzt ist er wieder da aah ich will die Schlagen geh weg was bedeutet das wenn der da ist was ist denn das für ein Mod und wieso ist die Kiste geglitscht immer wenn der da ist ist die Kiste verglitscht jetzt sind zum Beispiel die Dinge gar nicht an die Beschreibungen sind nicht an und so weiter oje es glitscht alles ich muss das kurz beenden ja leider die schmeissen einfach irgendwelche Monster rein die verpackt sind bis zum Himmel ja passiert nix der bleibt bei mir ich muss unbedingt die dort unten töten die dürfen in der Nähe nicht sein ähm ja ich sollte ein Schwert machen vielleicht ähm ja wir haben kein Stein haben wir Steine in der Kiste ja ein Schwert ist zu schmieden und Knechte so ihr kommt dran ihr werdet mich hier nicht belästigen was seid ihr jetzt wie selekt es schon wieder irgendwo waren hier ein paar Hexen und ich werde dann mal nach dem Part schauen von welchem Mod die Hexen sind ich muss nur den Namen wissen sonst schaue ich halt im Video nach da unten ist zum Beispiel wieder eine Hexe weil das ist schon recht fett verpackt Coven Witch nichts getroppt ok ähm hat es noch hier welche ok der Bug ist scheinbar weg hoffentlich kommt er nicht mehr hier haben wir ja die Bäume äh Tannen Bäume wir haben keine Angst mehr ja dann machen wir es halt so die will ich noch haben die Setzlinge von den Tannen vielleicht sieht das Holz ja anders aus wenn man es ähm ja in Bretter rumwandelt so bist du endlich ganz kaputt jetzt so hier haben wir schon mal Tannen ganz normale Tannen und ganz normale Bretter ach schade so ah Becken können wir auch noch mitnehmen wir sind jetzt der Schläger Holzfäller wir schlagen die Bäume kaputt mit unserer eisernen Hand das könnte eine Shaolin-Kampfkunst sein also Kampftechnik hier gibt es überall ganz große Päume hier gibt es überall ganz große Päume nicht nicht dann werden wir noch einen gelben nehmen ist ganz in der Nähe ein Schneebium ein Schneebium ein Schneebium ein Schneebium das ist ganz andere Karte ok wieso ist denn die Karte dort oben falsch wie ist denn die falsche Position Degenwald es ist anders herum es muss so sein ja dann stimmt's und das Schneebium ist hier unten ok hier hat es einen netten Turm da unten hat es noch ein komisches Biom das schauen wir dann mal alles an zuerst müssen wir hier das Laub haben ach komm bitte einen haben oh nein das ist eine Frucht eine Kaki Hepsbamsetzling haben wir schon mal so was haben wir denn ok nur noch eine Kaki ok dann gehen wir mal weiter hier haben wir einen großen Baum und jetzt hat es wieder Grafikfehler es läuft nicht so gut wie das letzte Mal das letzte Mal haben wir weniger Probleme gehabt aber das ist wahrscheinlich auch wegen dem Wald so viele Bäume hier sind das ist ja eklig hier haben wir noch ein paar Setzlinge von braunen Bäumen die haben wir gehabt ihr macht zu viel hier haben wir Glimmerling nehmen wir mit braunen Pilz auch und hier haben wir ein Haus dann schauen wir mal in dieses Haus hier haben wir Enderman Fahrländer das sind Beatboxer so dann gehen wir mal weiter oh jetzt ist wieder eine Witch auf mir wahrscheinlich ist diese Grafikfehler auch von der Witch also von diesem Mod aber die hatte ich ja vorher nie am Anfang des dieser Aufnahme okay da müssen wir wieder zurück sonst verlieren wir unser Ding also das war hier ungefähr hier ungefähr ja hier Haus so und jetzt gehen wir noch hier runter zu diesem Biom das er grün leuchtet grafikfehler grafikfehler so ein staff has started the room you may update cold okay das ist zwar ein Sumpfbiom ein böse Sumpf ein schönes Bächlein was gibt es hier gibt es hier andere Bäume du machst so viele gibst zu so Weidenholz haben wir ja okay hier gibt es nichts Neues zu entdecken nehmen wir noch ein paar von diesen Seelosen mit die kann man gut für den Garten gebrauchen zum das Wasser verdecken geben die nichts scheinbar nicht das ist Lehm könnten wir eigentlich auch ein bisschen mitnehmen ähm nein später mit einer Schaufel so also jetzt müssen wir in diese Richtung rennen hopp ja bringt ja viel wenn wir runterfallen hopp 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 so So, gut. Ähm, jetzt sind wir wahrscheinlich bald da. Nein, hier rüber müssen wir. Wir sind nicht auf dem richtigen Bär. Oder in diese Richtung müssen wir. Ah, wir sind ein bisschen falsch gegangen. Okay. Ja, wir haben hier das blaue, hier ist der Nefferturm. Dann weiß ich schon mal relativ, wo ich bin. Hier ist ein fliegendes Fahnen. Und leider wieder dieser Grafikfehler, das nervt. Ach ja, aber kannst du heute nichts? Oder ist mein PC so schlecht momentan? Irgendem neuen Windows Update. Es kam irgendwie ein Service Pack oder so raus. Oder ein Service Pack. Update, jetzt haltet doch mal die Fresse. Das ist nicht zum Aushalten. Ja, und natürlich ist eine Witsch wieder hier. Wieso denn sonst? Was denn sonst? Also bitte. Hier ist die Ding, okay. So. Haben wir hier mal wieder ein paar Sachen. Ja, die Ding will ich setzen. Die jetzt nicht. Jetzt schaue ich mal, was das für ein Bug ist und wie man den beheben kann. Von welchem Mod. Ähm, Convent, Concovert, Witsch heißen sie oder so. Und dann nehme ich wieder ein.